Musik Unseren Rhythmus spielen wir heute mit den Schlägeln. Ihr gebt die Schlägel weiter. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Achtung, los geht's! Sieben, acht und stopp! Zwei, drei, vier, sieben und acht. Und was machen wir in der Pause? In der Pause könnte zum Beispiel Jan auf der Flasche spielen. Und wir, damit wir nicht einfach so herumstehen, wir bewegen uns. Achtung, los geht's! Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, sieben und acht. Achtung! Zwei, sieben und acht. Und in unserem nächsten Break, da seid ihr alle Instrumentalisten. Ihr sucht euch einen Platz im Raum und auf dem spielt ihr. Aber seid wieder rechtzeitig zurück. Achtung, los geht's! Zwei, sechs, sieben und acht. 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 Zwei, sechs, sieben und acht.